Ich darf mich wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge South Park die rektakulärte Reisprobe. Wir sind mittlerweile dem Freedom Pulse beigetreten. Eigentlich haben wir sie infiltriert, oder sie sind gerade in der Infiltration mitten drinnen. Wir haben in der letzten Folge noch ein Artefakt gefunden, das uns wieder in die Früge treibt. Ähm, wo war das? Das müsste es sein, ok. So, und wir müssen uns mit Tupadosa in den Kampf begeben. Glaube ich. Schauen wir mal. So, Tupadosa? Hallo? Ok, cool. Also doch nicht? Hä? Ok, das ist wurscht. Ok, dann treffen wir uns halt mal mit Mitch Conner im Sodosopa. Der Sodosopa war nach rechts weg, runter, da rüber und da runter. Und, äh, gut, passt. Wir haben die Strecke im Kopf, wir marschieren dort hin. Oh, wir haben einen Schnell... Nein, Schnellreisepunkt habe ich aber nicht gesichelt, oder? Da hätte der Schnellreisepunkt bis zu uns, dann können wir rüber gehen. Ich frage, soll das Laden länger an das runter gehen? Oh, neuse Güte. Hallo. Na gut, wir reisen schnell einfach. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Ja, da bitte einmal zum Kuhm- Äh, einmal zum Kuhm-Retour. Bitteschön. Bitteschön. Pfff. Warte, dass es immer so leid mit dem ganzen Haus heißt. So. Ah. Wo ist diese verdammte Katze? Hey, du bist doch das Furzkin aus dem Fernsehen. Bock auf ein Foto? Natürlich. Toll. Wuhu. Mr. McCormick. Wurde aber auch Zeit. Wohl den eigene. Ein Selfie würde meinen bescheuerten Alten bestimmt eifersüchtig machen. Wurde ich ihm auch noch ein nettes Gesicht dazu. Jeeeeey. Gut so, Wunderarsch. Ich such dich auf Coolstagram, wenn ich wieder Guthaben auf meinem Prepaid-Handy habe. Ist okay. Okay, wir haben wieder was zum Hacken. Schauen wir mal, was wir da auftauchen. So ein feiner Lakaal. So ein feiner Lakaal. Ah. Pfff. Juhu. Was taunt wie schöne Sau. Tschau. Und jetzt? Hä? Ein Machglas des Lebens. Ein Artefakt. Das war's. Ein schlechtes Artefakt, das was ich hab. Ähm. Da war's. Ähm. Da war's. Ähm. Da war's. Da haben wir auch noch ein Schnellreisen. Gut Wunderarsch, du hast alle Schnellreisestationen. Genieß die unglaubliche Bequemlichkeit von Sch... 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 Schnellreisen überall hin. Okay. Okay. Uuuups. So du super. Kurz Kühe. Na komm. Wir sind ein Stück höher. Zentrifizierungstext. Jetzt also aktuell... Aktuell finden wir echt Artefakt, das ist ja auch normal. Ähm. Okay. Ah, sind die beste 80. Also heute schon ich... Ach so, hab ich eingesetzt. So hab ich's auch eingesetzt. Normalerweise... Wo ist Crafting? Prisma Auge. Ach so, jetzt brauch ich noch Stufe 17. Jetzt geh ich mal auf 12. 4, 4, 4. 6, 6. 20. 20. Skalopeus. 60. Das bräst du morgen. Okay. Ich glaube nicht, dass noch irgendwas über die 60 tut, oder? 20, 60 Schauper, ich bin nicht aufsiebt, oder? Es wird vielleicht nicht... Was ist das? Hmm Oh, es geht sich aus. Schau, was für weitere Zutaten. Ich hab doch das Messer. Ich hab ihn nicht mehr angelegt. Oh, da können wir auch noch einige Hand herstellen. Ja, ich weiß, ich schicke jetzt ziemlich viel her. Ist das was? Okay, ich verpasst gegen den Schnellen. Oh Mann! Was kann der? Jetzt habe ich mir eine gewisse Gesundheit. Aber was ich nicht verstehe ist, ich hab doch die Klinge nicht mehr angelegt. Und da steht, ich brauch nur die Klinge. Oh, die Fakten. Hä? Also, ich kann... Ich kann... Ich kann nicht mehr Geld verdienen. Ich kann nicht mehr Geld verdienen. Oh. 101 sagt er, was habe ich denn da noch, also nach unten, irgendwo, ich wusste es aber jetzt nicht geschaut. So, Crafting, jetzt da gehts, so, Artifak, die Klinge, oh, wir sind jetzt wieder bei 530, das heißt, wir können sogar, wir können sogar nachher da endlich Moskitos, das Moskito machen. Ach Gott. Okay, jetzt geht es weiter hoch. So, jetzt geht es weiter hoch. So, ich gehe hoch. So, ich gehe hoch. Okay, jetzt müssen wir Zeit anhalten. Jetzt auch. Links. Warte, komm. Komm, ich spiel. Big Gay Blossom. Hä? Okay. Na, spielst du mit der Raumzeit vor, Genie? Recht kühl hier oben. Ich brauche ein Outfit mit langen Ärmeln. Okay, warte geht's. Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön. Pantheranzug. Hä? Wir sind echt weit oben. Startbereit, ha! Mach mal die Augen dabei zu, oder so. Na geht's nicht in den Ernst. Weiß ich nicht verstehe. Ich soll ihn doch so verteilen. Startbereit, ha! Ha! Wir haben's geschafft! Abflucht! Hä? Es wird schon riesig. Ist das? Ich glaube schon, wo ist er? Da unten! Toll! Es war gerade, dass ich wieder komplett verkehrt. Hören wir mal hin. Da war ich noch nicht erinnern. Da war ich noch nicht erinnern. Da sind wir alles aber genau zu. Ken ist Garagen-Schlüssel, Ken. Lust auf eine Selfie-Pups-Maschine? Karen McCormick. Okay, fertig. Tschüssi! Das ist so böse, dass er aufgemalt hat. Das Fenster. Da geht es nicht weiter. Okay, es ist late. Muss ich doch in die Garage? Was zum Teufel hast du hier zu suchen? Okay, anscheinend muss ich Zeit holen. Jetzt kommen wir die mal weg da. Ja, aber nervt mich so extrem. Ich bin da drin. Uuuuups. Weg damit. Also wa- Ja, ich bin einfach zu- Da muss ich rein. Okay. Kosmisches Rätsel. Störschellenrezept. Natürlich ein neues Bild. Easy Breezy Gandy Blümchen Boizu. Okay. Äh. Ja. Okay, da gibts nichts. Nichts. What the heck? Ja. Warum sitzt du so ne Nackte? Äh. 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 Da. Okay. Wieder eine Kurzkühe. Woops. Komm. Lass uns abhören. Bereit? Ha! Ja! Ha! Das hast du wirklich drauf. Okay. Weiter. Startbereit! Ha! 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 Sei gegrüßt, Krieger von Mamaria. Ich bin der rechtmäßige Verehrer der Prinzessin. Der größte Krieger, den die Busen-Arena je gesehen hat. wieder musste ich kämpfen. Ich habe gesiegt, aber ich bin geschwächt. Ich muss einen Haltrang zu mir nehmen, damit ich zur Liebsten in Nippopolis zurückkehren kann. Kannst du mir da weiterhelfen? Hilf mir nach Nippopolis zurückzukehren, dann führen wir das Ritual zu Ende. Okay. Oh Mann, das ist super. Wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich und ich werde an deiner Seite kämpfen. Okay. Drogenkärchen. Gerrit auf Drogen. Klar, ein Porträt mit dem größten Krieger von Nippopolis. Schaut so schlimm aus. Unser Band ist geknüpft. Ähm. Da. Ja, das ist mein Dad. Nicht da runter! Das gibt's ja nicht. Ja, eh da drinnen. Wie komme ich da rein? Hä? Ich check's nichts. Ich versteh's einfach nicht. Ja und was dagegen? Kann ich von Nutz, von Nutz, von behilflich sein? Ok, die Mobile. Machen wir zuerst sie, oder? Ja, ich mache zuerst Kohlgeist. Rennen lieber schnell! Er spricht mit Bibi! Wenn ich in der Malu poste. Bitteschön, Dankeschön! Oh, hey Neuer! Ok, bist du bereit, das durchzuziehen? Jo, mach! Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Finden wir heraus, was hier nicht stimmt. Willkommen bei D-Mobile, kann ich dir helfen? Krebsmenschen, Krebsmenschen, zählen aus wie Krebse, wenn die Läge wie Menschen. Äh, ja, ich habe ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Namen und die Mobile-Nummer bitte! Namen und die Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Krebsmenschen. Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten. Ich habe einen Vertrag mit bis zu 5 Gigabyte Datenvolumen im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du reicher Mensch, wachst es unseren Tarif zu schweben? Ich wusste es, die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Sie hat uns enttarnt. Korgel, rett uns! Komm, bunter Arsch, denen reißen wir die Ärsche auf! So, habe ich wieder eine Schwäche? Bin ich jetzt mit meinen Schuh? Ob Freedom Pearl oder Coon Friend, ich finde dich cool! Aber das Angebot geht nur für heute! Repariert mein Internet! Ich weiß noch gar nicht mehr eine Schwäche! Oh ja, das behalte ich! Bleib hier, Kunde! Ein Rabatt für dich! Was? Mobilität ist eine meiner Superkräfte! So, ich geh euch weiter. Gut. Das habt ihr davon! Geschäftlohn! M-m-m! M-m! 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 Nein. Ernsthaft? Ja, ich weiß es. Wie sagst du es? Hier, ein echter Schocker. Hey, jemand hat mit deinem Namen sechs Paletten wie Acker gekauft. Arschloch! Wir brauchen hier mehr Verkaufskräfte. Ach komm schon. Schön mit dir zusammen zu arbeiten. Äh. Ich kann nur die Reihe schocken, aber das reicht eigentlich schon. Ist ja auch zu noten. Wow, brauchst du eine Community-Managerin? Hahaha. Baaah. Jum. Du hast ein Google-Plus-Konto? Wer hat denn sowas? Die Konten brauchen Hilfe! War es gleich zwei? Geht denn noch gut? Autsch. Du freust mich sicherlich nicht dann. Was auch immer das war! Danke Wunder-Arsch! So. Die zwei. Ja gut, der Cage-König war jetzt aber schon easy. Wenn ich das nur streamen könnte! Wir müssen den Manager aus- Ich muss Mr. Connor per D-Chat sagen, wir haben versagt! Ja. Sauer, Leute! Und dann ab in der Hände. Krabbenmust. Subtermale Mutation. Krebsliefer, okay. Wenn wir das neue zurück sind. Danke, Korgel! Es war echt seltsam, Sie rochen wie Krebse und Küsten wie Menschen. Was? Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja, ja klar, Korger. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, dass es noch nicht ausgestanden ist. Wenn es nach Krabben lief, ruf mich an. Die sind einfach überall da rumliegt, ne? Aber mit dem habe ich ja schon ein Foto, oder? Ja, hab ich. Testen wir den Uploadspeed von D-Mobile mit einem Selfie. Ja, hoffentlich. Aber ich glaube, ich bin... What? Hilfe! Und sie bitte. Äh, ja. Vielleicht buggy. Klar mache ich ein Selfie mit meinem Befreier. Wuhu! Biddi! Wunderbar! Lass mich raus, komm. Wunschuldreiniger für den Mobile XZ3 mit 20 Megafriesträger mache ich echt geiles. Ähm... Oh Gott, was ist da passiert? Oh Gott, was ist da passiert? Hm. Ich brauche mal, wie ich den Kopf am Hals habe. Ich habe das wieder verpasst. Ah, das stimmt! Ja... Ah, schon wieder. Ja... Teufelsmaß hier. Komm ich weiter hoch? Jaaa, sehr schön. Rächeranzug! Warum schießt du eigentlich herum? Wir sind echt weit oben! Ja und weiter? Dann mal los! Oh, jetzt stinkt mein ganzes Outfit! Danke, Schau! Bis dann! Kack dich an! Okay. Wir treten. Jetzt gehen die Polizei an. Du hast einen Beamten angegriffen! Ihr wolltet... ...besiege die korrupten Cops. What? Ich ziehe Chaos im Anmarsch! Stimmig überneue Leute am Start. Was hast du vor? Du viel Druck! Was hast du vor? Was hast du vor? Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen! Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen! Captain Chaos! Was? Hat er wieder wieder dem erkannt? Sehr schön. Was kannst du? Was ist das? Das geht auch nicht. Super, ich kann uns heilen, aber das war's. Aber ich schaue, dass ich da auf jeden Fall aus der Schusskamera rauskomme. Ähm... Oh, kriegt jemand drei Gegner an. Du hast die Welt besser gemacht für das Chaos. Steh in deinem Ratsgesicht! Ok, er kann nichts. Er kann uns nichts antun. Wow. Aber er da oben, den holen wir zurück. Auf den Boden! Du bleibst, wo du bist. Ein Zug weniger für die Bösen! Das Wetter schlägt um! Was? Können wir mit dem Scheiß anfangen? Schockierst du was? Warum stehen sie einfach viel zu blöd da? Ich hab es blitzen lassen! Macht euch auf Schmerz gefasst! Ahhhh... Rauch! Angriff auf einen Polizisten! Geht theoretisch? Rauch! Fuck! Jetzt geht's schon auf! Ok. Erstes Down. Du bist der Hatte! Hey, lass dir in Ruhe! Ich lass es jetzt krachen! Superdose! Hier rüber! Na wirklich! Ok. Aber er hat sich geschützt. Ahhhh... Ich sollte noch dicht teasern! Nicht andersrum! Na, er fangt schon wieder an. Ein Sturm zusammen. Ein Sturm zieht auf! Blut, so wie hier war... Was? Geil! Oh Mann, hier geht's gleich chaosmäßig zur Sache! Noch einer erledigt! Ok, geschlossen. Diese Schurken sind bereit für den Tupper Mag Mark III. Jetzt können wir nicht mal schauen, wo die anderen kommen. Tupper Tornado aktiv! Ja, das schaffen wir Leute! Das war echt super Leute! Das war echt super Leute! Also entweder bin ich overpowered oder die sind einfach nur zu easy. Was ist denn das Wort? Hä? Nichts? So gut, nachdem ich die Gruppen Klops besiegt habe, darf ich mich bei euch recht fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe es hat euch gefallen! Schaltet auf dem nächsten Mal wieder ein! Ich wünsche euch was! Bis dann! Tschüss! Tschüss! Bye-bye!